Was haben wir denn hier? Ach, Schmutz. Toll. Gibt's ja gar nicht genug von hier. Oh. Oh, 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 oh. Vorsichtig, da ist noch ein böser Kollege. Ein jans, jans böser. Hier irgendwie rum. Ja, graben. Das finde ich blöd, dass die Tiere hier auch immer als rote Punkte angezeigt werden. Das wäre eigentlich besser, wenn es eine andere Farbe für die gäbe. Grün oder sowas, keine Ahnung. Ist ja egal. Von mir aus pink, aber nicht rot, weil dann denkt man nämlich immer, das wären auch Gegner. Im Endeffekt sind es nur irgendwelche harmlosen Tiere. Was haben wir denn hier? Schussfrequenz-Upgrade. Ich glaube, es lohnt sich echt, einfach ein bisschen die Umgebung immer zu scannen. Was ist das denn? Ach, ein Hund, glaube ich. Ein bisschen deformiert. So, dem Kollegen. Achso, das sind Raben. Okay. Nur Raben. So, dann warten wir mal, bis der stehen bleibt. So, Moment. Plüpp. Den hat erledigt, würde ich sagen. Gibt es da sonst noch was? Schrotgewehrmonie. Infizierter. Sonst nichts. Okay. Nehmen wir das alles mit. Na, da. Immerhin. Meinen Pfeil habe ich wieder gekriegt. Mehr konnte ich wohl nicht erwarten. So, jetzt bin ich gespannt, wo ich hier hinkomme. Aha, nirgendswo. Interessant. So. Da oben ist aber eine Tür, auf jeden Fall. Und zwar eine, wo man durch kann. Nicht irgendwas Ex-Beliebiges. So, ist hier noch irgendwas? Nein. Kommen wir auch nicht rein. Da kommen wir rein. Achso. Achso, das ist ja hier rein. Alter. Ist das... Das ist ultra creepy. Ich habe Angst, dass jetzt jederzeit irgendwo so ein kleines Zombie-Baby mich anspringt. Boah, das wäre so grauenvoll, ne? Das wäre so grauenvoll. Das ist, glaube ich, nichts Schlimmeres als immer die kleinen Versionen von den schlimmen Dingen. Vergiss nicht, du bist wegen der Medikamente hier, klar? Hol sie und verschwinde. Ich glaube, ich gehe lieber hier durch. Ich bin, der Fall. Ich bin, der Fall. Ich glaube, der liegt, der ist tot. Alter! Du Kaffee-Tonnie! Stirb! 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 Seht ihr jetzt, was ich meinte? Seht ihr das? Alter! Boah, ich bin erschrocken. Fuck! Irgendwas Interessantes hier. Gar nicht wahrscheinlich. Aber jetzt habe ich Angst vor den Schränken, Alter. Mann! Nicht mal das sinnlose Plündern mache ich jetzt noch gerne. Was ist, wenn man beim Plündern einfach überrascht wird? Einfach puff! Kommt die Alte da raus. Oh! Dacht schon, was ist denn jetzt los? So. Also nach unten ist nie gut, aber ich sehe schon, genau da müssen wir wahrscheinlich gehen. Geöffnete Tür. Durch eine geöffnete Tür kann man wohl mal durchgehen. Was ist mit dem? Der ist auch tot. Der ist nicht tot. Schnauze. Okay, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich. Hier haben wir gar nichts drin. Schade. Schade. War kein einziges Kind mehr hier. Das finde ich gerade ganz gut. Oh, wir werden gleich von irgendeinem Vieh angeschwungen. Ich sag's euch. Ich sehe das schon. Da oben weiß ich, wo wir rauskommen. Oh, oh. Oh, so ein Schlaumeier. Ein ehemaliger Polizist hier. So. Die Schlimmsten. Die sind nämlich so dick gepanzert. Die beiden, die allerschlimmsten sind natürlich die Idioten, die eben einfach in die Luft fliegen. Feigensäue. Alter. Was sollen denn diese Stimmen im Hintergrund? Da können wir durch. Ich hoffe, hier ist nichts Schlimmes. Ein bisschen weniger Licht, weil Taschenlampe geht sonst schnell zugrunde. Ich sehe nichts. Was ist das? Ach, Karabiner-Muni. Nicht nur zu gerne. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Hier sind wir jetzt. Hallo? Voll vertrauenswürdig hier die Umgebung. Was ist das denn? Wahrscheinlich eine Kamera. Warte, was steht hier? Kommt doch irgendwas zu, oder? Was war das denn? Ein Geisterzombie jetzt auch noch, oder was? Was? Verschlossene Tür. Oh, hier kommt einer raus. Vorne aus dem Schrank kommt, glaube ich, einer raus. Wir haben eine Keycard. Geil. Ich weiß nicht, wo wir die einsetzen können, aber... Ich glaube, hier kommt einer raus. Okay, Glück gehabt. Für so eine Tür brauchst du eine Keycard. Deine Igel schlafen, denken, was soll das schon sein? Und... Oh, oh. Terrorkinder des Todes? Ich will nicht bei diesem kaputten Boden hier gehen. Was sind denn das für Geräusche, bitte? Ich wusste es. Ach du Scheiße. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt? Ach, wir sind im Keller... Ich verliere dich. Alter. Was ist denn das hier, bitte? Man kann es hier irgendwie nicht... Nicht richtig anleuchten, habe ich das Gefühl. Oh. Ich muss hier... Alter, jetzt muss ich auch noch... Sparen. Wir müssen mal kurz einen Moment... In der Dunkelheit verbringen, denn... Taschenlampe ist so gut wie alle. Ich meine, ja, klar, könnte ich ohne Taschenlampe einfach im Dunkeln hier rumtappen, aber... Nicht, wenn ich nicht muss. Okay, ein bisschen was an Ladung hat sie mittlerweile. Wie sieht es denn hier aus? Haben wir irgendwas zum Futtern? Nein. Die Knarren können wir alle nicht nachladen, oder? Ist das Pistolenmonie? Doch. Dann können wir die Pistole nachladen. Immerhin. Finde ich schon mal gut, dass wir das tun können. Okay, jetzt haben wir wieder genug Saft. Oh, nee, es gefällt mir nicht. Ich gucke erst nochmal hier rein. Das gefällt mir genauso wenig. Eigentlich müsstest du hiermit dauerlich durch. Weil es einfach zu dunkel ist. Aber ich weiß, dass hier gerade... Gleich was richtig, richtig Mieses uns irgendwie... Anspringt, oder so ein Scheiß. Das war der Raum, ne? Genau. Was ist denn das? Ah! Du alte Scheiße. Niemand hier durch die... Das war das. Das war auch das Ding. Was unten im Keller irgendwo war. Alter. Alter. Boah, Alter. Fang an zu rennen. Fang an zu rennen. Sag, du hast die Tür nicht aufgemacht. Du hast die Tür nicht auf. Ich wollte es doch durch. Ah, dann kloppen wir halt... Nein! Nein! Zombies abgeschmiert. Ach, nö. Ach, das gibt es doch nicht. Dann sehen wir uns wohl in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao. Mist, ey. Pass auf da drin. Ich habe auf dem CCTV-Monitor gesehen, wie sie überrannt wurden. Wie die Betreuerinnen und Kinder gelaufen sind. Keiner kam raus. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Zombie. Gerade eben ist uns ja das Spiel abgeschmiert. Deswegen musste ich, bevor ich die Tankstelle betreten habe, von da aus musste ich bis hierhin nochmal eben spielen. Ich habe draußen übrigens nochmal diesen Polizisten-Zombie, der da vorne irgendwo stand, den habe ich noch gerade eben mit umgenietet. Und ich habe auch einen kleinen Geheimraum extra gefunden, da bei der Tankstelle. Aber nichts Wildes, alles insgesamt. Von daher habe ich es erstmal nicht mit aufgezeichnet. Ihr habt es ja eh schon alle gesehen vorher. Ist also eigentlich nicht so spannend. Was ich grauenvoll finde, ist, dass ich schon wieder hier bin. Und natürlich ist wieder alles dunkel bei mir. Sodass ich mich voll drauf einlassen kann. Toll! Wirklich gute Idee. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das Vieh aus dem Schrank gesprungen kam. Das fand ich sehr unschön. Oh, dann könnte ich mal dieses blöde Geplärre ausmachen. Ich glaube, das war da. Ich bin immer noch in der Hoffnung, dass ich hier irgendwas finde, aber... Eigentlich weiß ich es besser. Vergiss nicht, du bist wegen der Medikamente hier, klar? Hol sie und verschwinde. Jaja, natürlich. So, hier war ja noch keiner. Aber es ist schon einer auf der Agenda. Es war genau hier. Das war genau hier. Ich will aber nicht, dass er zu mir da rausgeschissen kommt. Ich wüsste nicht mehr, hat der gelebt oder nicht? Ich glaube, der war tot. Dann komm her, guck mal hier. Oh, es hat mich wieder erschrocken, Alter. Obwohl ich es wusste. So, das musste gerade einfach mal sein, fürs Gewissen. So, das mache ich schon die ganze Zeit. Immer wieder Pistolen-Money aufnehmen und irgendwas anderes wegschmeißen. So, ich kann immer noch meine Pistole nachladen. Die hatten wir ja schon geupgradet auf 16 Schuss. Wenn ich mich nicht irre. Von daher... Alles easy peasy. So, hier war ja nichts mehr. Aber wir können trotzdem mal einfach für den Affekt einfach mal ein bisschen... plündern hier. Auch wenn hier eh nichts ist. Und irgendwo muss ja noch ein CCTV-Verteiler sein. Ich glaube, der war hier drin. Falls wir ihn gefunden haben, war er auf jeden Fall hier drin, weil draußen war er nicht. Da habe ich schon reingeschaut. Alter, ey. Nur da reinkommen wir nicht? Okay. Dann lade ich noch mal ein klein wenig die Taschenlampe auf. Wir wissen ja, was für gleich alles kommt. Zumindest so ungefähr noch. Alter, ey. So. Ich glaube, jetzt müssen wir mal an. Das Geräusch schon wieder. Es hat schon gereicht. So. Ja, ich bin total zu gebrauchen für Horrorspiel. Ich weiß. So. Tür wieder zu. Nee, komm. Wir müssen ja in den Keller. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Zuvor werden wir hier zwar nochmal... Ach ja. Wo der nette Kerl nicht tot ist. Jetzt aber. Weiß nicht. Ist sonst noch einer aufgestanden? Irgendeiner ist noch aufgestanden. Irgendwo da hinten. Okay. Okay. Die Flächer. Alter. Wo kam denn die Alte auf einmal her? Alter. Wo kam denn die Alte her? Die habe ich ja gar nicht kommen sehen. Meine Güte. So, wir haben Molotows, wir haben Minen. Wir haben eigentlich jede Menge Zeug dabei. Ich weiß nicht, ob ich versäumt habe, vorhin nochmal im Lager ein bisschen was abzulegen. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, wir haben das Zeug. Hier war sonst gar nichts mehr, oder? Ich meine, wir hatten hier auch nichts mehr gefunden ansonsten. Ach ja, doch. Hier oben konnten wir nochmal reinschauen. Wie schön leer das ist. Wenn die Antibiotika sind, natürlich unten, wo dieser Drecksgeister zum hier oder was das war, ist. Hier können wir... Ich gehe mal hier einfach nochmal raus. Nur zum Gucken. Ja, das habe ich mir gedacht. Hier kommen wir dann hin. Okay, aber auch hier kein CCTV-Verteiler zu sehen. Na gut, dann gehen wir wieder... Hallo? Ich darf nicht wieder rein. Toll, dann muss ich nochmal von unten rein. So, das war es mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abonnent bist. Vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020